so und damit hallo und herzlich willkommen zur zweiten folge also letztes mal sind wir dabei stehen geblieben ich habe eigentlich nur ein bisschen was über mich erzählt und bin gestorben und dann habe ich hier diesen schönen berg gesehen wo ich mir direkt dachte aha da könnte man doch drauf leben also ich fand den sehr schön ich bin jetzt auch wieder kurz vor dem vertreten beziehungsweise ich habe Hunger ich bin ein hungriges Entlein wie man an meinem Skin so schön sieht bin ich Donald Duck und ja ich mag Enden ja und ich habe jetzt ein Texture Pack wobei ich ehrlich gesagt ich kann mich nicht so wirklich entscheiden welches ich benutzen soll ich habe jetzt gerade das Misas 64x64 und das gefällt mir ganz gut aber ich bin mir irgendwie noch nicht sicher ich weiß nicht es ist immer noch zu unschön für meine Augen aber mein PC schafft leider keine Shader plus Texture Pack plus Aufnahme beziehungsweise schafft es aber keine flüssigen Framerates und da habe ich keine Lust drauf deswegen ohne Shader aber eventuell ab nächstem Monat eventuell wenn ich es dann schaffe genug Geld zu sparen und dann kauf ich mir nämlich neue Teile für mein PC und dann sollte die Shader eigentlich kein Problem mehr für mein PC darstellen Sollte glaube ich dann alles reichen Ich hoffe das funktioniert Oder ich schaffe es auch Zu sparen Naja Jedenfalls Jetzt habe ich vergessen auf die Uhr zu schauen Wann ich angefangen habe Naja Irgendwie gefällt mir das nicht Das ist ein bisschen verpackt Naja egal Bis jetzt scheint nur was Da zu sein Also ist noch grad so okay Machen wir uns nochmal schnell hier Steinspitzacke Dann kann ich die Kohle auch direkt besser Abfarmen So Dann sollte ich mir auch eigentlich Schleunigst Was zu essen Suchen Oder Auch Anfangen mal mein Haus zu bauen Beziehungsweise meine ersten Wände Damit ich nicht wieder in der Nacht Verkrecke An diesen scheiß Monstern Wie es das letzte Mal passiert ist Bei der letzten Folge Und Ja Okay ich muss echt aufpassen Ich bin jetzt schon wieder fast verreckt Nur an diesem scheiß Sprung Das wird jetzt wieder nicht sehr interessant für euch aber wir sind ja noch am Anfang Das wird sich schon nehmen Und ja es ist immer noch der gleiche Tag nur relativ spät abends Und die Ja Ich schau mal wie viele Folgen ich hochlade Ich hab da bis jetzt noch keinen so festen Plan Einfach weil ich mal Lust hab und Zeit hab Und ich dachte ja Eigentlich hat mir das Spaß gemacht vor der Kamera zu reden Naja gut ich bin nicht vor der Kamera aber Vom Aufnahmeprogramm Und äh Hatte einfach Lust nochmal was zu drehen Und Ja Ich hoffe ich werde demnächst auch ein paar Resonanzen hervorziehen Und dass sich auch ein paar Leute meine Videos anschauen Das wäre nämlich Es ist immer schön zu sehen Wenn man Oh scheiße Wenn dann Wenn man Feedback bekommt Oder einfach sieht Dass jemand die Videos guckt Und ich glaub ich 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 Okay Okay Das ist Nicht so geil Ich glaub ich mach mir mal lieber ein Schwert Ah Komisch irgendwie ist nur mein Inventar verpackt So So Jetzt Jetzt können die Zombies kommen Jetzt können sie mich mal Diese Wichser Wobei Ich geh da lieber doch nicht hin Auch wenn ich jetzt ein Schwert hab Bei dem halben Herz Muss ich mal schnell gucken Da sind Pferde Aber ich glaub nicht dass man da Pferdefleisch rauskriegt Eventuell kann man ja Lasagne draus machen Das wäre eigentlich ein gut gadget wenn die das einfügen würden Aber naja Wir müssen irgendwie anders überleben Weil das mit diesem halben Herz ist echt ein bisschen Naja Kürbis Ich weiß gar nicht Kann ich daraus irgendwas machen Kürbis gerne Kürbis gerne Okay Ich schau mir das jetzt einfach mal direkt rein Auch nicht so groß aber Egal Kürbis Zum Teufel Das ist Krasses Biom Auf jeden Fall Das muss ich Das muss ich nicht Dumme Sachen machen So Ich kann auf jeden Fall schon mal sprinten So 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 You dead nigga So So Wärts Ich hab Ich glaub ich hab was gehört Das ist nicht gut Ich muss da irgendwie hochkommen Oh mein Gott Es wird ja aber besser Oh, hier ist die Schlachtwiese. Meine schönen Kühe, gib mir Milch und gib mir Fleisch. Oh mein Gott. Ist das ein Pferd oder was? Es sieht aus wie ein Alpaka oder ein Lama. Aber ich habe vorhin gesehen, die Vor-Texture-Picke waren Pferde und es hat Pony, äh, ja, Babys. Voll. Oh, scheiße. What the f... Äh... Das kam unerwartet. Okay. Note an mich selber. Keine Lamas angreiften, die One-Hitten. What the f... Scheiße. 300 irgendwas. Scheiße. Fuck. Und schon wieder tot. Das gibt es doch nicht. Ah, zumindest habe ich jetzt gefunden, wo ich vorhin war. Oh mein Gott. Fuck. Alter, what? Oh man, ne. Scheiße. Ah, okay. Aber immerhin kann man step back so hoch, dass man ihn sieht. Und ich finde es... Wieder... Scheiße, Lama. Oh man, ey. Das kann ja was werden, bis ich irgendwas schaffe, ey. Das ist schon Folge 200. Naja, auf jeden Fall... Und wenn ich sowas wie League of Legends oder so spiele, dann... Dann nimmt das eine ganz schöne Zeit in Anspruch. Ich glaube, das hat... Eine Stunde... Ja gut, das... Okay, das ist nicht sehr viel, aber... Einhalb oder zwei. Und das Uploaden dauert halt noch länger eben, weil ich nur so eine schlechte Leitung habe. Ich habe nur 32.000. Und das ist nicht so geil. So, ich fahre mir jetzt noch eben die Papier ab. Gehe mir das Fleisch. Da brauche ich noch kurz den Ofen. Hau mir das Fleisch in die Pfanne. Bratsmink schön durch. Dass es schön saftig und blutig ist. Und dann beende ich erstmal wieder die Folge. Es ist jetzt... Oh, jetzt wird es perfekt wieder Nacht. So wie in der letzten Folge. Leider konnte ich jetzt nicht viel machen, da ich jetzt... Ja. Gut, okay, lassen wir das. Ich mache jetzt das, was ich gerade gesagt habe. Es ist besser. Oh, hier kommen schon die ersten Gegner. Scheiße. Ich halte mich nicht mehr. Ich halte mich nicht mehr. Oder ist... Dieses Scheißschwert einfach so. Ich habe das, was ich mit mir melde. Nein, 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 nein. So. So, 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 so. Schnell den Ofen machen. Capilstone. Ja, perfekt. So. Ups. Ja, gut. Lassen wir das. Da. Zack. So, 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 so. So, 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 so. So, 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 so. So, 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 so. So, 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 so. So, so, so. So, 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 so. So, so, so. So, so, so.